Hallo Freunde, Quick Review von Tim Bernhard aus seinem Werkstatt Atelier Newe mit wunderschönem seltenem blauen Mammut Elfenbein, schönem dunklen Holz, verzierten Leinern und Backspacer sowie eine wunderschöne Klinge aus Dammer Stil. Und das in Verbindung gibt ja ein richtiges Kunstwerk für Sammler, Liebhaber, französischer Taschenmesser, Investoren und Anleger. Denn diese Messer werden zukünftig nur eine Richtung kennen. Ist das nicht ein schönes Muster? Traumhaft schön, aber mir gefällt hier vor allem dieser blaue seltene Mammut. Sehr cool, Aussparung im Liner Lock. Wunderschöne.